Wir sind hier bei Leilani. Leilani ist ein ganz tolles Mädchen. Das linke Auge sieht ein bisschen trüb aus. Deswegen ist sie auch auf der Seite ein bisschen vorsichtiger, wenn man sich von der Seite nähert. Sie wollte jetzt gerade nicht, aber jetzt ist sie wieder ganz lieb. Sie hat ganz viel Unterwolle im Fell. Wir bräuchten ein Zuhause, wo es eine Bürste gibt. Einmal Fellpflege, mein Schatz. Und lässt sich super anlangen. Aber das ist ganz schön viel. Da ist ganz schön Filz drinnen. So, Mausi. Jetzt hast du dich schnell bewegt, dann ist sie immer vorsichtig. Also schnelle Bewegungen von der falschen Seite mag sie einfach nicht, weil sie links eben nicht so gut sieht, weil das Auge ein bisschen trug ist. Mausi! 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 Bis zum nächsten Mal.